Schalten Sie ab dem 12. Mai ein. TV24 für die Schweiz. Eins, zwei, drei. Das ist Ihre Rente. Sie braucht den Kurs. Aber nein. Sagen Sie, nehmen Sie Antidepressiva. Sie war drogeran als ich. Von der Sie profitieren. Meine Kollegin meint. Was redest du denn? Sie müssen uns sagen, wo Ihr Mann ist. Verdammt, ich weiß es nicht. Geben Sie durch, dass Sie Japaner in die Stadt eingedrungen sind. Danke, Ihnen ist gefallen. Am 12. Mai kommt TV24, der neue Sender für die Schweiz. Freuen Sie sich auf unsere Spielfilm-Highlights. Menschen, wir euch jetzt nicht mehr lang geben. Amy und Jaguar. Nein! John Rabe. Geben Sie durch, dass Sie Japaner in die Stadt eingedrungen sind. Danke, Ihnen ist gefallen. Berlin 36. Es muss doch irgendjemand geben, der besser ist als diese Jüdin. Warum brechen Sie mir nicht gleich die Beine? Sie wollen mich doch gar nicht in Berlin. Das Lied in Nia. Liliane und ich sind nicht deine leiblichen Eltern. Die Liebenden. Und warum hast du einen Bullen geheiratet? Er ist kein Buller. Er ist Gendarm. Ich glaube, ich habe Aids. Ihr macht übermorgen einen Rundflug. Flugzeugentführung ist kein Spaß. Altersheim auch nicht. Die Filmkollektion von Charlotte Link. Ich muss diese furchtbare Sache jetzt zu Ende bringen. Spannende Serien. Helfen Sie mir. Being Erika. Alles auf Anfang. Wisst ihr was? Ich hau an. King. Die gehören mir nicht. Typisch Sophie. Na, dann bin ich ahnungslos. Ich bin gespannt, was ihr Ihnen zum Thema Schmecken in den Mund schiebt. Das ist jetzt nicht der richtige Augenblick, um süße Jungs anzubaggern. Mit Herz und Handschellen. Was ist hier los? Hey, das ist eine Männertusche. Wer sind Sie? Entschuldigung, Herr Hauptkommissar Schmücke, mein Name. Polizeiruf 110. Letzte Spur Berlin. Gut, ich möchte, dass du nochmal mit Herrn Meerwald redest. Sie hat die Partnersuche eingestellt. Sie telefoniert in Sims mit einem Unbekannten. Wer ist das? Und warum redet sie mit niemandem darüber? Erleben Sie faszinierende und atemberaubende Dokumentationen. Der unglaubliche Mr. Goodwin. Steve Jobs, Hippie und Milliardär. Es ist wie Zauberei. Sie sehen zum Anbeißen aus. Mark Zuckerberg, the real face behind Facebook. Sie waren ein paar College Kids, die allein wohnen durften. Sie feierten viel, arbeiteten aber auch sehr hart. Mythen der Geschichte. Zurück in Hongkong verkünden die Chinesen, dass sie mit 99,9%iger Sicherheit die Archi gefunden haben. Leif, faszinierende Wildnis. Hulinarische Höhepunkte. Jimmy's Food Factory. Nigel Sima. TV Gusto avec Eric. Und Schakal und Pulga. Schweizer Eigenproduktionen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen runterfahren. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir ein bisschen runterfahren. Ihr denkt schon das dritte ziemlich Gas. Weisst du, das muss man jetzt schon mal sagen. Also, aus. Oh, dein Bärenpilz, ja, der muss sowieso weg. Ich kann jetzt einfach nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Will ich dir nichts mehr erzählen? Run! Du bist mir jetzt schnell. Jana, es ist ein bisschen eine Liebe. Claudia, wie weit bist du? Noch nicht fertig. Wir haben noch genug Zeit. Kaufsüchtig. Gell, du kennst mich. Du bist ja kaufsüchtig. Komm. News und Live-Sport runden das TV24-Programm ab. Nur noch ein Tag. Schalten Sie ab dem 12. Mai ein. TV24. Für die Schweiz. Ein.